Herzlich Willkommen zurück zu Creative Server Let's Play. Hat sich tatsächlich wieder ein bisschen was getan. Ich weiß gerade gar nicht was. Wir gucken ein bisschen jetzt noch nach. Zerberseitig. Und zwar habe ich wieder ein bisschen mit Mods rumgespielt. Habe jetzt zum Beispiel. Also so das ist so wie bei meinen Klonen. Gibt es ja unterirdisch diese ganzen Bahn. Geschäfte und so ein Zeug dünzt. So was habe ich jetzt quasi auch bei meinen anderen Server mit drauf. Also quasi Mods die für mein Test Game genau das gleiche machen. Achja Skybox. Müssen wir es auch mal angucken. Skybox ist geil. Genau hier. Ist von Wuzi glaube ich. Genau heißt also wie gesagt wir haben jetzt sowas wie also Treasure Chests. Also Kisten wo Stuff drin ist. Halt verteilt. Dafür zusätzlich gibt es auch noch diese Mod mit. Es ist halt unterirdische Schächte. Gibt es. Ähm. Genau. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß. Eigentlich. So direkt hier drin. Genau. Also wie gesagt genau das was wir halt auch aus meinen Klonen kennen. Jetzt wie gesagt hier für mein Test implementiert. Und ähm. Das alles ab und quasi irgendwo zusammen. Das heißt äh. Es gibt das gleiche auch mit Pyramiden. Und mit. In mein Test gibt es ja diese Dungeon. Die man unterirdisch findet. Diese verzweigten Räume. Und da sind jetzt auch Kisten drin. Damit die auch ein bisschen mehr Sinn bekommen quasi. Das habe ich wie gesagt alles äh. Ist quasi ein großes Megapack. Sieht jetzt hier so viel aus. Aber quasi eine große Mod wo mehrere Sachen mit drin sind. Ähm. Das habe ich schon zugefügt. Und dann habe ich auch noch eine neue Mod die mir J.J.K. 1 empfohlen hat. Ähm. Ähm. Is. 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 Uh. Is. fall kann die viel 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 und zum einen etwas was wir gucken müssen die mod implementiert mich eine neue set home funktion jetzt muss ich gleich mal bei uns im let's play gucken ob damit unser home punkt zum beispiel noch funktioniert sollte eigentlich aber die frage ist immer sollte ist nicht ist was seine weisheit genau nur ansonsten hat sich ansonsten weiter aber nicht geändert wir können also ganz beruhigt unser spiel weiterspiegeln der atmen war fleißig ich habe jetzt wieder 77 kompress koppel die wir verloren hatten wo ich immer noch gerne wüsste warum das so ist und ich habe auch ein video nachgeguckt also hat er hat er hat er gleich geguckt also dieser wirklich einfach weggegangen aber da nein da nein wurde jetzt überhaupt da hat man ist groß atmen ist mächtig steht auf dem rocker 60 oder wieso das heißt wir gucken mal ganz kurz warum ist der funktioniert nämlich nicht das war nämlich schon fast klar das heißt das hier müsste natürlich noch funktionieren genau wir setzen uns aber hier auch ein bisschen unter dem punkt weil diese hauen mod hat mich jetzt einen hauen punkt die klassischen hauen man kann aber noch weitere setzen zum beispiel kann ich jetzt sagen es der traum ja mine bam jetzt habe ich einen hauen punkt mine gesetzt das heißt wenn ich jetzt nur zum set home machen komme zum klassischen auch wer dafür z wenn ich jetzt hauen mina mache geht es mein mieter punkt der hier wenn ich hauen hauen mache geht zu meinem hauen hauen punkt der hauen hauen punkt weil das nämlich auch der hauen punkt ist die ich anvisiere wenn ich halt nur hauen eingebe dann klar lande ich halt genau auch hier bei dem das heißt die klassischen befehle funktionieren nach wie vor also set home und home die befehle sind nach wie vor aber man kann auch noch weitere punkte hinzufügen indem man noch einen namen angibt so jetzt hätten wir wieder unseren hauen punkt dahin wo er eigentlich hin sollte so genau bei der gleichen stelle ist set home so und dann setzen wir noch einen punkt unten in der mine wo wir hätten wollten so dann kann man natürlich auch noch nicht angucken was für weil man kann eine begrenzte anzahl da haben halt also welches noch fg mache habe ich noch ein und welches aber noch fgh machen lag da mehr als drei gebäude geht nicht ist für normale spiel arbeiten so viel zu viel ich habe überlegt ob ich die für normale spieler wieder auf eins runter setze oder maximum auf zwei setze aber ich habe einfach drei gelassen erst mal naja widerstrebt so ein bisschen beim survival server prinzip aber gut genau und jetzt kann man sich halt wenn man mehrere oben hat und nicht mehr weiß wie die alle händlich heißen kann man sich hier homes also die merze denn heute anfangen lassen oder wenn auch der home point und natürlich wenn man merkt okay bullshit kann man auch manche löschen der home fg und mein das problem ist ich weiß nicht ob es ein bug ist oder auch einfach naja not the feature ist man kann den home punkt mehrmals setzen ist der home punkt gesetzt und gesetzt kein problem aber wenn man jetzt andere sachen nimmt also set home mein dann geht das nicht okay oder was nur beim dritten soll das ist jetzt mal ein home mein zwei aha genau er versucht nämlich erst den neuen anzulegen bevor er den alten quasi entfernt und damit hat er halt kurzzeitig oder hätte er kurzzeitig intern mehr als drei und block das deswegen fehlerhafter weise und deswegen muss man wenn man wirklich drei gebäude hat oder besser gesagt man die anzahl an maximalen gebäuden bereits hat und man einen überschreiben möchte kann man den leider nicht mehr überschreiben sondern muss ich erst mal löschen und dann neu setzen heißt also in dem fall halt der home am common home so gelöscht und das kann man doch wieder setzen ist in dem moment bist du umständlich aber ganz ehrlich vielleicht guck ich aber die quellcode rein vielleicht krieg sich das mal wenn ich finde wenn nicht im let's play wird so viel in die welt nicht weiter stören weil ja haben wir nicht brauchen wir brauchen nur einen punkt bisher maximal zwei vielleicht wie gesagt ansonsten wenn man jetzt durch die gesamte web springen kann denn wird das der weise let's play langsam nicht mehr ganz so zur weise wenn ich das mal so sagen darf so ich mal sagen zu allererst machen wir hier unsere felder das zeug ist natürlich wieder das langsamste von allen danke dafür alles andere wiederum ist fertig noch ein paar sachen gut dann lasse ich die doch mal so wie sie sind ja jetzt auch noch alles alles erst mal so dann kümmern wir uns erst mal hinten um den weg weiter oder sind hier da läuft es hier seitwärts interessant das heißt hier haben wir aufgehört jetzt sollten wir überlegen wie wir hier am dümmsten auf welcher ebene wir am dümmsten arbeiten also hier geht es wieder zwei hier geht es drei runter ok was machen wir draußen schon wieder gut ich jetzt erstmal irgendwo den wunderschönen baum einfach mal ja keine ahnung wieso ist das gut ich habe keine ahnung so wir laufen wollte jetzt schon gerade das verhältnis hochpunkt setzen schon geht die faulen head los danke dafür ja da könnte man auch mal weg überbauen und wenig ständig durch diese wasser latschen ist ja hier ganz schön latsch haltig so wir brauchen bonemeil da haben wir zum glück ein bisschen aber so viel brauchen wir eine gute frage ich nehme es erstmal mit übrigens habe ich auch noch mal wieder entfernt bei dieser fenstel da war nämlich zum beispiel so in dem nicht essentiell sondern bei diesen törer 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 bei den törer mods die kisten da war das so man bekam auch also man hat nicht nur kisten gefunden sondern man hat quasi auch ein geschenk bekommen wenn man gestorben ist und respawned ist quasi dann immer dann wenn man die server besucht hat also sich eingeloggt hat und halt komplett neue spieler auch das problem war das habe ich selber einfach mal probe gespielt und deswegen kann man jetzt überleicht missbrauchen indem man einfach sein staff irgendwo schützt der zum spawnen geht und dann immer wieder krepiert und sein alt ist das immer wieder mit aufnimmt oder muss man nicht mal mit aufnehmen man jetzt ja durch diese reiten dort automatisch wieder mit auf einfach immer wieder krepieren und ja dann bekommt man halt nach und nach immer mehr und immer mehr staff und das habe ich diese mod mit diesem dass man beim respawn geschenke bekommt oder beim ersten mal join geschenke bekommt oder sowas wieder ausgenommen das wäre dann wirklich ganz schön heftig hier wird schon zurückgehen habe gehört der baum wird groß scheiße wow grammatikalisches meisterwerk hier war das nicht der moment wo wir letztens unsere und unser gesamtes bauermil verschwendet haben wo er nicht gewachsen ist trotz bauermil ne ich weiß ja nicht ne komm die lassen wir so die lassen wir wachsen wenn er nicht wächst dann wächst halt nicht egal so die frage ist aber dann halt wie groß wird der jetzt also er wird mindestens dreimal also sie mal sieben felder groß hat also radios von drei blöcken das heißt die straße durch frühestens hier anfangen ich überlege gerade haben wir den baum auf dem podest oder wird das das heißt wir brauchen das ist hier eigentlich los und wird hier ab oder habe ich die irgendwo loll ist das ein bug muss das so sein er hatte mit nadel warum geht man einfach wieder normale erde da gibt man wieder die erde warum ist das so verstehe ich nicht mit dem ist sowas machen ne kann man nicht naja ist nicht ganz schön aber egal so was wir jetzt brauchen ist ich mache erstmal hier 123 123 die äußerste sandschicht kommt aber später wieder weg und stattdessen also der baum wächst wahrscheinlich wirklich mit wie man die felder ganz außen hat man ja bloß noch aber den über diese kleinen einzelnen holz blöckchen die kappe ich dann später ab entfernt da auch den sand wieder und werde dann an der stelle nach unten hin diese dieser dieser stairs also diese treppchen quasi hinsetzen damit das so aussieht als wenn der baum wieder so aus dem podest steht wenn man das ja vielleicht vom sporn kennt von meinem meint schon zwei server so jetzt habe ich aber nämlich ein problem ist das ganze insgesamt so groß dass es mit der unteren ebene hier keinen sinn macht das heißt ich soll das ganze vielleicht doch wieder hochheben dazu bullshit oder jetzt was wir lassen das so wir machen das design technisch so dass es sinn macht das heißt ihr kommt bitte wieder weg stattdessen kommt hier ein gerade weg der geht auch gerade hier ran um den um den baum macht ja wie gesagt die bestimmen stein dieses kreisverkehr und hier geht aber jetzt runter ich hoffe mal das genauso gut aus wie in meinen träumen die ich hier noch habe mit mir und er hat zu nämlich lasst mich sind meine träume so die sind aber hier mal weg die stelle kappen wissen okay dann machen wir jetzt hier eine hin sieht das so gut aus oder da und dann auf jeden fall noch einer hin ist das so gut aus ich weiß ja auch nicht es wirkt schon hart eckig machen wir es mal so ich habe doch eine schippe dabei oder die hölle auf die erde wir sind hier oben machen das habe ich auch noch eine frage so der bonn kommt hier so rauf das heißt ich versuche dann immer genau so zu machen das heißt der weg geht von er geht da und da ab der weg geht denn da und da ab und der weg geht denn da und da da ab so haben wir eine 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 art symmetrie in der unsymmetrie hier der bräser das ist quasi eine symmetrie weil keine achsen symmetrie mehr sondern ein punkt symmetrie hauptsache symmetrie das ist das wichtige so genau und fest der war hier schon zu viel das wird einfach wieder hier erhaltet hat doch genau das heißt hier geht dann genau hier geht der weg weg so hier bräuchten wieder diese schrägen in der hoffnung dass wir die die wege nicht wieder unser ganzes koppelston jetzt hat schießt das ja nicht ganz so nett ich weiß doch viel sagt absolut nicht woran das lag vielleicht sollten wir um immer nur so viel reinpacken wir dafür brauchen dass wenn die mod uns das noch mal verschießt dass wir da nicht alles verlieren weil es ja schon ein ist ja schon ich meine wenn er jedes mal der ab und kommen muss der typ hat auch ferien da wird dafür ja nicht bezahlt so jeder der weg ab nach da hätte geht dann der weg ab da vorne zu dem wasser wo sie denn hier hier wenn wir in dem bereich wenn wir die ganzen beete bauen und hier geht dann der weg ab hinten und für zur mine so habe ich mir das gedenkt müssen wir gucken wie wir das wie gesagt optisch ein bisschen anspruchsvoll hinbekommen erst mal warten bis der bomb hier mal wächst keine ahnung warum der da nicht möchte so so ich glaube dafür recht recht die erde dieses komprimiert was auch immer das ist hier nicht aus 13 stück noch okay hat noch gereicht aber jetzt ist alle ist ja nicht sehr schön so die frage ist der weg ist gepflastert der weg soll später auch gepflastert werden einfach wollte in die mine reingeht und man da ein bisschen rauere sitten hat aber die man wege die nach da nach da geht das soll keine gepflastert wege werden sondern da gucken wir mal ganz kurz mit dir was war da so schönes machen können ich würde gerne das hier nehmen oder wir kombinieren das ganze ein bisschen dafür sagen okay wir machen gemischten also dass wir sagen der weg danach da geht weil hier sowieso so viel erde davon ist machen wir den weg hier hier sieht auch scheiße aus nehmen wir nutzen überall den hier das heißt wir brauchen ganz ganz viele blumen dafür dass wir es nicht dafür glaube ich als blume da war ja was genau das wovon wir am meisten bekommen zählt nicht als blume ja das war und manchmal nur tropengras tropengras warum sie es hier alle okay das macht sinn das mal von beides mal das gleiche genau das ist hier die die ich erstellt habe aber da gibt es ja bereits von irgendeiner anderen mutter schon rezept das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt auf jeden fall brauchen wir ganz viel tropengras weil das geht natürlich nur tropengras scheiße das ist das nicht gut ich meine wir haben ja aber ob wir das so viel tropengras bekommen das war jetzt schon zu bezweifeln ich meine zum glück wächst es nach also wir können auch ruhig einen karlschlag machen also nicht ganz karlschlag weil das muss ein bisschen da bleiben damit ist halt nach wächst also sich ausbreitet wieder aber wir können dazu ein bisschen was wegnehmen aber wir werden halt eine ganze menge davon brauchen das ist ja normales kost genau auch aber tropengras da war der dschungel so gucken wir mal ob irgendwo tropengras ist hatte ich glaube schon mal geguckt kann das sein ich nehme ein paar äpfel mit ich fühle mich grad schon wieder hier am verhungern oh hier ist ein Busch äpfel ich brauche äpfel gibt mir äpfel so da ist der dschungel und genau wie ich vermutet hatte war das hier der bereich wo es kein tropengras gab na für biebie das ist natürlich ein bisschen ähm jetzt blöd äh äh tja dann beziehungsweise fühlen wir auf eine offene suche begeben nach richtigen dschungel also wirklich richtig großen dschungel wobei hier geht es ein bisschen rein ah siehst du da hinten haben wir schon da haben wir schon ja doch hier waren wir schon wir haben schon mal gruppen tropengras hier irgendwas gesammelt ich weiß nicht mehr für was aber jetzt sowas wieder aber wie gesagt ab und zu mal ein stehen lassen damit ich das wieder verteilen kann hier am besten mal hier auf dem zeig hier einen drauf stellen oh man oh man oh man äh 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 Das Problem ist, dass ich brauche jetzt so jetzt ewig. Das ist ja auch ein bisschen blöd hier. So, ich habe auch ein bisschen gerecht. Ich habe auch ein bisschen drin, aber ich habe ja jetzt noch einen Knoten gesucht. Ich habe ja морisch gesucht, dass ich darüber nachdenke habe. Ich habe ja auch einen Knoten gesucht. Ich habe das hier gesagt. Ich weiß ja nicht, wenn wir hier düngern, wechseln hier Tropengras an der Stelle oder wechseln hier was anderes? Ah, normales Gras, na leck mich doch am Arsch. Das heißt, wir können nicht mal selbst irgendwie Dschungelgras ein bisschen züchten. Eieieieiei. Jetzt müssen wir hier aber erst mal vorbeikommen, damit hier das Gras wächst, zwischenzeitlich auch mal. Jetzt hat der Hund gerade dabei, hier ein bisschen Vegetation zu klauen. Oh, mein Gott, so dunkel. Ich weiß doch gar nicht, wie breit wir den Weg machen sollten. der zum Strand geht. Also ich würde mal sagen, so einer Breite sollte eigentlich reichen, also ebenso soll er bloß nur ein kleiner Trampelpfad sein, so ein Wandererweg quasi. Und gar kein so großer. Von daher wäre das vielleicht... Oder ist es vielleicht gar nicht so viel, was wir brauchen. So. Ah, ich darf dazu bekommen sogar Reis. Kakao. So. So, 70 haben wir schon. Und ich glaube, das Reis... Ach, Jotus noch ein bisschen was, denn... Oh, da war eigentlich schon jemand aktiv. Das sieht hier so gekünstelt aus. Ich meine, möglich ist es, weil wir aus dem Naturschutzgebiet sind wir hier raus. Ich meine, ein Dschungel ist beschützenswert. Da gibt es bloß wilde Tiere. Die braucht keiner. Kakao. So, gehen wir mal zurück. Sollen wir dabei natürlich auch noch ein paar Blätter ein... Oh. Hä? Waren wir hier? Ne, der ist ja da auch noch zu Hause. Ich dachte, er darf noch zu Hause. Oh mein Gott. Und wir haben es verlaufen. Yay. Glühwürmchen. Wir lieben dich. Kakao. Wir lieben dich auch. Ah, ne, da ist mein Zuhause. Okay. Ja. Da kommen die ganzen schönen Bäumchen zum Vorschein. Äh, du... Achso, diese kann ich nicht direkt essen. Ne. Den kann ich so nicht essen. Dann, ähm... Nehmen wir mal per Äpfel und essen die. Oh, ja. Ich kann nicht nicht lang. Dankeschön. Und ja. So voll. So, da vorne müsste mein Haus sein. Oder? Ist da mein Haus? Das ist da mein Haus. Hallo, Haus. Äh, da kommen Sie. Wo bin ich hier gerade? Ach, da lang muss ich. Okay. Äh, 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 äh. Dankeschön. Weißt du was? Wir kriegen jetzt hier mal ein paar Äpfel mit und dann sprinten wir nach Hause. Ich volle Fahrt voraus. Was? Nein. So. Okay. Äh, können wir uns jetzt ein bisschen Treppelfahrterde machen? Lassen fort. Lassen fort. Hallo. Danke. Ah, schau mal da gucke. Der Baum ist hier gewachsen. So. Genau die Seitendinger. Hier die nehmen wir weg. Und dann passt es nämlich perfekt von der Größe her. So, das können wir auch die Adi hier wieder wegnehmen. So. Und hier kommt denn jetzt... Ja, was denn eigentlich? Was nehmen wir denn da? Am besten Brickstone, oder? Mach das Sinn? Ich hab keine Ahnung. Wir brauchen... Wir brauchen Gestein. Wir brauchen Hartgestein. Das heißt, wir werden hier gleich mal anfangen hier ein bisschen zu bauen. So ungefähr. Dann würden wir hier auf der Höhe arbeiten. So ungefähr. Ich weiß halt nicht, wie breit der Weg werden soll. Ich würde ihn doch schon gerne auf 4er Breite machen. So 4 x 3 ungefähr. Würde das gut kommen? Fangen wir doch die Frage, welche Steilung nehmen wir? Nehmen wir immer quasi pro Entfernung in die Richtung immer eine halbe Stufe höher? Oder sagen wir, ne, halbe Stufe höher alle zwei Blöcke, damit das nicht so... ne, also nicht 22,5 Grad, sondern halt ungefähr so 10 Grad Steigung haben. Was auch immer noch relativ viel ist. Jetzt aus realistischem Standpunkt her betrachtet. Andererseits ist der Berg halt so scheiße hoch, wenn wir jetzt hier anfangen mit einer flachen Steigung. Denn... Weil so lang... so weit geht der Berg ja auch gar nicht. Das heißt, vielleicht sollten wir ihn einfach mal vermessen. Komm, wir vermessen jetzt mal ganz klassischen Berg. Also... Ich hoffe, er ist nicht höher als 70. Dann haben wir nämlich sowieso ein Problem. Ach komm, jetzt hier. Ersthaft. Grüß deine Mutter. Du Arsch. Okay. Dachte grad schon. Das hört gar nicht mehr auf. Okay. Oh, der wird aber hier noch... Ach du Kacke. Okay. Okay, also sagen wir mal doch... Also... Sagen wir mal, wir haben ungefähr eine Höhe von 70. Na? Ich glaube mal, das klingt realistisch. Gehen wir mal da hinten. So. Und gucken jetzt mal... Kann man diesen Befehl benutzen? Fuck. Scheiße. Äh... Mist. Wir sehen jetzt Blöcke. Ah, klasse. Altmodisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht, neun, acht, neun... Das ist doch scheiße. Da, fuck. Ich weiß nicht, ich will die Dinger jetzt nicht mal nur erzählen müssen. Was ist denn hier los? Äh... Okay. Dann machen wir es modern. Ja. So, so, so... Ich habe immer vier Stück. Dankeschön. Setzen wir ein... Hier und vorhin keiner. Hier und vorhin keine Ahnung. So. Und jetzt können wir nämlich dann hier zeigen uns diese Stäbe, denn nämlich wenn wir die mehrere aufstellen, also zwei aufstellen oder mehr, zeigen sie mir die Entfernung zueinander an. Hoffe ich zumindest. So. Das heißt, wir können jetzt... Ach, ich finde, hier geht es auch wieder runter. Boah, er ist sogar ganz schön steil runter. Ja, hol da die Waldfee. Ähm, okay. Auf welcher, wie kommen wir hier denn überhaupt raus? Weil ich wollte mir Zeit lassen bis zur Schlucht. Und die Schlucht, die ist... Hallo? Kann man nicht mal sagen, wo die Schlucht... Kommt überhaupt keine? Hä? Ich dachte, die kommt irgendwo mal eine Schlucht. Warte, werde ich jetzt dumm. Die geht jetzt wieder hoch. Ich dachte, wir sind extrem hoch über... Ach doch, hier vorne kommt jetzt hier eine Schlucht denn? Ah ja. Ein bisschen. Ein bisschen geht es runter. Ja gut, dann können wir eigentlich eher hier gucken, wie hoch das hier ist, weil dann müssen wir auf die Höhe rauskommen. So, das gucken wir erstmal. Wir setzen einfach mal hier so ein Ding hin. So, wir haben 225. Der hat so viel? Boah. Lol. Okay, dann können wir es doch machen mit... Ähm... Immer... Wir gehen immer einen halben Block alle zwei Blöcke höher. Dann machen wir das doch so. Beziehungsweise, wir haben ja unsere Säge. Mit der Säge können wir ja eigentlich auch, äh... Viertel Slabs machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir quasi wirklich, ja... Klassische Art und Weise machen, dass wir halt... Äh... Genau, halt Viertel Slabs benutzen und dann halt wirklich jeden Block, immer ein Viertelblock nach oben gehen. Das sollte hier denn tatsächlich doch passen. Ist hier doch wesentlich flacher hier hinten, als ich dachte. Ich dachte, das wird einfach mal steiler. Und da hinten kommt eine riesige Klippe. Aber ist ja doch gar nicht so. Interessant. Also, wo wir jetzt hier unsere Anlaufstelle... Äh... Müsste hinter diesem Hügel gewesen sein. Ich merke auch gerade schon, die erste Folge wird schon wieder ganz schön lang. Eine halbe Stunde haben wir, glaube ich, schon lange überschritten. Äh... Kommt jetzt wieder runter? Ach, da vorne. Was? Ich springe einfach. Easy. Überliebe ich garantiert. So, wo ist der Kackhaufen? Jut. Ja, siehst du, haben diese Markierungsstifte für uns doch ne... Zwar nicht für eine Area, aber können wir zumindest als Vermessungswerkzeuge benutzen. So, jetzt muss ich dich ein bisschen einkürzen. Ich hoffe, das schadet dir nicht. Und jetzt raf... Ich sterbe! Ups, doch nicht. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Easy. Habe ich so Rüstung? Ne. Lol. Habe ganz schön wenig Scham bekommen dafür, dass ich keine Rüstung hatte. Naja. Ist ja ganz cool. So, okay. Das heißt, wir können uns hier echt Zeitl, also ne, hier schön chillig hochgehen. Ähm... Genau. Das heißt, wir gehen immer vier geradeaus und dann eins hoch. Jetzt wieder vier geradeaus und dann wieder eins hoch und so weiter und so weiter und so weiter. So, der ganze Gang soll mindestens drei hoch sein. Das heißt, mit den ganzen Schrägen zusammen, muss ich jetzt mit vier ausbauen. Ist das richtig? Ist egal, ob es richtig ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es so schön. Easy. Wobei, jetzt muss ich überlegen... Mensch mal, wie wollen wir das Ganze überhaupt bauen? Also, ich... Oh Gott, Alter. Jetzt bin ich aber gerade komplett raus. Oh. Komm, wir gehen mal nach Hause. Andererseits, guck mal in der nächsten Folge. Jetzt kann ich erstmal gucken, was wir alles diese Viertelstufen-Dinger machen können. Tschüss.